Ja, guten Morgen. Mein Name ist Sebastian Krug. Ich bin Gründer und Inhaber von Weniger Leise. Weniger Leise ist eine Kommunikations- und Marketingberatung hier aus und in Wiesbaden. Und ich freue mich, dass ich vom Freiwilligenzentrum angesprochen wurde zu einem kleinen Interview. Und gerne will ich mit meinen Antworten auf die Fragen reagieren. Die erste Frage. Warum engagiere ich mich sozial? Ja, es ist für mich eigentlich eine Herzensangelegenheit. Meine Frau und ich, wir sind zusammen mit unserem kleinen Hund vor einigen Monaten hier nach Wiesbaden gezogen. Und ja, zu der Zeit kam natürlich vor allem die Corona-Krise auch auf. Und in der Thematik haben wir natürlich überlegt, was können wir tun, wie können wir helfen. Und es war für uns irgendwie naheliegend zu sagen, wir unterstützen diejenigen, denen es irgendwie schlechter geht. Oder wir unterstützen Prozesse, bei denen man sich einbringen kann. Und glücklicherweise hat die Stadt Wiesbaden mit dem Freiwilligenzentrum Wiesbaden hier genau die richtige Anlaufstelle. Eine tolle Organisation, ein toller Verein, wo man sich eben sozial engagieren kann. Wo man sich einander helfen kann. Denn gemeinsam ist weniger einsam. Und das ist natürlich auf jeden Fall genau das Richtige für mich. Und das ist natürlich auf jeden Fall genau das Richtige für mich.